So, hallo ihr YouTuber. Er ist fertig, der Turm. Bis auf das Deko ist mein Scream-Turm, wie auch immer, fertig. Ich habe die Stromschienen, ich habe die Schleifkontakte, bekommen hier die Kabel. Beide. Die Stromschienen habe ich mit Kupferfett eingeschmiert. Das überträgt den Strom und nimmt die Reibung. So. Ja, er wackelt noch ein bisschen, das ist alles an der Einstellungssache. So. Aber er fährt sich gut. Hier unten, das sind die Zugänge für die Stromkabel. Das sind diese Stromschienenkontakte hier unten, die habe ich angebracht. Die habe ich nicht angelötet, nur dran geklemmt. Und es wird dann irgendwie diese Stromschleifer auf die Motoren übertragen. Und das sieht aus der Entfernung gezauert, schon sehr realistisch aus. So. Das bleibt doch noch stehen. Das ist, wie der Schienenkontakt läuft. Aber... Aber... Peinlich, ne? Ich muss ihn noch ein bisschen nachschmieren hier. So. Aber ihr seht, er läuft schon. Das ist, wie der Schienenkontakt ist. Und das ist, wie der Schienenkontakt ist. Untertitelung des ZDF, 2020